Servus und herzlich willkommen bei Würzburger Griller. Heute gibt es bei mir Nacho Cheese Bratwurst und da braucht ihr folgende Zutaten, ganz einfach Nacho, Cheese und natürlich eine Bratwurst. In dem Fall sind es hier 400 Gramm und natürlich Bacon außenrum. Leute, das müsst ihr mal machen, das ist mega geil und ich zeige euch jetzt natürlich auch gleich wie das funktioniert. Aber noch eine kleine Werbung zwischen rein, lio.natural.de, mega geiles Zeug, nehmt das, holt euch das, mega geil mit WÜ, BU10, gibt es noch 10% drauf, also worauf warten, holt es euch und weiter geht es mit meinem RIP10. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen uns die Bratwurst und schneiden die schön in der Mitte auf. Das Ganze macht dann natürlich so viel Bratwürste wie ihr auch immer habt. Macht es am besten so breit wie möglich. Ich habe gemerkt, das war dann doch ein bisschen knapp da, noch den Käse dann so rein zu drücken. Aber es ist auch mein allererstes Mal, muss ich dazu sagen. Ich habe das mal ausprobiert, wollte ich aber daran teilhaben lassen. Aber ich sage es mal so, am Ende, werdet ihr es nicht glauben, ist es mega geil. So, schaut es euch erstmal an, wie es weitergeht. So, das war dann der letzte. Und jetzt kommt Cheddar rein. Eins nach dem anderen. Macht so viel rein wie es nur geht, wirklich. Also, ich habe das ein bisschen zu knapp berechnet, hätte ich nicht gedacht, aber ins Doppelte wie ich habe. Sicher ist sicher. So, wenn ihr das dann habt, dann rate ich euch, Gewürze drauf zu machen. Ich in meinem Fall nehme Lio-Gewürze, die sind mega geil. Grill-Gewürze und Paprika geräuchert. Mega geil. Probiert es aus, wie gesagt, ihr habt den Gutschein-Code. Mega. So, das habe ich ein bisschen über den Käse geschüttet. Und ein bisschen von der Bratwurst auch natürlich was. Also, es ist wirklich zu empfehlen. Egal, was ihr nehmen wollt, klar, aber hätte ich niemals gedacht. Es schmeckt mega, mega, mega gut. So, da es ja Nacho heißt, habe ich, um den Nacho-Geschmack auch an den Käse zu kriegen, ein bisschen Nachos drauf geschmissen. Ich weiß, viele von euch werden jetzt denken, ja, das wird doch alles nass und das bringt doch nichts. Das hat damit nichts zu tun. Wir wollen einfach nur den Geschmack haben, weil das kommt dann später in den Kühlschrank. So, dann natürlich der Bacon. Mach da einmal schön ringsherum. Lasst es nicht zu eich überlappen, weil... Also, ich habe das ja dann im Smoker drin. Das wird dann richtig schön eingeräuchert. Und wenn du dann zu viele Lagen drum hast, dann ist der zweite, dritte Bacon dann drinnen immer noch zu weich. Und das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja richtig schön durchraben. So, alle vier fertig. Dann habe ich nochmal ein bisschen Gewürz drüber. Später für den Bacon. Und dann, ja, sollten die zum Schluss am besten so aussehen. So, jetzt schaut ihr nochmal schön... Wenn ihr das habt, lasst ihr das mal schön ein Tag im Kühlschrank. So, und wir sehen uns am Grill. Da sind wir schon. Zwar nicht am Grill, aber das sind meine Chips. Ich tue die schön mal mischen. Lasst das mal 1-2 Stunden drin, damit es schön Wasser zieht. So, und da sind die Jungs schon wieder. Nach 24 Stunden. Fühlen sie dann ein bisschen traurig aus, aber das macht nichts. So, dann bin ich an meinem Smoker. Wie ihr seht, ich habe eine Schale mit Wasser. Das ist ganz wichtig, weil die Bratwürste, die wollen wir nicht so extrem durch haben. So, da sind die Chips. Macht immer einen kleinen Haufen, wie ihr seht. Dann raucht es ein bisschen länger und schöner. So, und da sind meine Freunde schon. Die sehen jetzt schon gut aus, nicht wahr? So, rein damit. Für, ich sage mal, eine 3 Viertelstunde bei 80 Grad, wenn er die smoked, ist das genau die richtige Zeit. Und am besten mal alle Viertelstunde mal reingucken. Das ist nicht verkehrt. So, da waren 15 Minuten rum. Hat es auch schon schön geraucht. Sehen sie jetzt schon gut aus, nicht wahr? Aber ich zeige euch das natürlich auch mal von nah an. So, da habe ich dann nach 20 Minuten den Rauch raus, die Chips, weil das hat mir dann gereicht. Wir wollen es ja nicht so extrem haben. So, und da habe ich mir noch einen kleinen Salat gemacht. Ein bisschen schöne Soßen drauf. Das sieht eigentlich wirklich mega gut aus, oder? So, und dann tun wir das Ganze jetzt mal, glaube ich, noch mal anschneiden. Also, ihr seht, das sieht echt gut aus. Und es schmeckt so gut. Die Nachos dann noch mal frisch oben drauf natürlich. Wie ihr seht, der Käse war dann ein bisschen fest, aber es ist trotzdem alledem saftig geworden noch oben drin. Vielleicht 2-3 Minuten früher rausholen. Das müsst ihr immer gucken, auch nach euren Smoker. Aber es war wirklich mega gut. Da habe ich Knoblauchsoße genommen, Barbecue Soße. Also, wie ihr das wollt. Es schmeckt auf jeden Fall herrlich. Ich kann euch das nur empfehlen. Macht's nach, würde mich freuen. Und Daumen hoch, wenn ihr machen würdet. Und abonniert mich. Vielen Dank. Euer Witzburger Griller.